Momentan werden viele Ausbildungsverträge aufgelöst. Jedoch wird die Vertragslösung fälschlicherweise oft als Ausbildungsabbruch angesehen. Dabei gibt es zahlreiche andere Gründe für die Auflösung. Die IHK Reutlingen möchte solchen Urteilen entgegentreten und nennt mögliche Gründe einer Vertragslösung. Darunter zum Beispiel, dass der erhoffte Studienplatz doch Realität wird. Auch kann der Wechsel des Lehrberufs oder der Übergang von einem Zwei- in einen dreijährigen Beruf auch firmenintern eine Ursache sein. Bei Namens- oder Rechtsformveränderung muss ebenfalls ein neuer Vertrag geschlossen werden. Trotz der vermeintlich hohen Abbrecherquote endet der Großteil der Verhältnisse jedenfalls immer noch in einer abgeschlossenen Ausbildung.